ja ich mag die große ist erst mal komplett leer kostet ja nix du musst noch chaos hat und ein feindstattung der will aber ich könnte mir noch mal eben die spenden gott abzeichnen können das könnte ich auch mal eben machen ist noch mal kurz die kathedrale gehen und gucken dass wir da vielleicht noch mal irgendwie was machen naja theoretisch mit wenn ihr so drehen versuche ich mal ich gehe mir kann trage ob ich mit wenn ihr irgendwie was machen kann was ist denn das jetzt mal ist alter du willst mal ein paar minuten aufnehmen ganzen abend lang ist nicht so wirst aufnehmen alles in den bach runter bis zum abkratzen den kanal halten ich habe es so gesehen noch nie das kleid hause gemacht ich habe die ablust jetzt schon immer konstant gehalten wenn auch so manchmal sehr dämlichen uhrzeiten aber ich habe noch keinen tag ausgelassen seiten und fast im jahr seit zehn monaten überlegen was es für eine lange zeit ist so hier du hast es jetzt bestimmt das was ich will dies oh mein gott sie hat wirklich nur dieses eine set das ist nur dieses eine set gehabt da finden wir mal ausstattet die noch nicht an quatschen und dieses eine set ja nein nie wieder ich weiß nicht mehr was los nicht wirklich ja gut weißt du was ich habe ein bisschen zeit scheiß drauf schau mir die jetzt an ich hatte beim letzten mal mit der quest nicht so viel gelegenheit das ist ja das ist Geil, okay. Genug ein Typen verarscht. Ja, gut. Mit wem konnte ich hier mit irgendjemand von euch reden können für die Spenden-Gottabzeichnung. Nice, ihr könnt mehr reden. Seltsam. Nein, ja. Ja, okay. Hab ich geöffnet. Ich dachte schon, ich bräuchte ihn jetzt noch mal. Ist zu seltsam gewesen. Ja, gut. Dann sehen wir uns noch mal eine Runde um. Bisschen die Zeit totschlagen. Was soll's. Kostet jetzt auch nichts mehr. Ja, komm, der Kurs ist einfach ablaufen. Was soll's. Das hier wird dann quasi der Ort, den wir am letzten Tag besuchen werden. Die Kathedrale. Wenn wir dann Vanille davon abhalten werden, das Sehenritual durchzuführen. Aber wieso kann ich denn jetzt hier schon mit Vanille reden? Ich kann euch einfach sagen, yo, macht es nicht. Ist kacke. Komm. Ja, bring ihn mal ab. Du hörst alles von Fang, ich glaube. Ich glaube nicht. Kein Grund dafür zu versuchen, die Dinge zu schützen. Das Heilige Klavis ist nicht eine Schlüssel für nichts. Es ist eher eine Koffein. Es wird in die Säule des Todes, um ihnen die Frieden zu bringen, die Frieden zu bekommen. Die Rechte, die wir auf dem letzten Tag beurteilen, werden alle die Säulen hier. Für mich. Und dann werden wir ihre Regisse und Angst wegwerfen mit dem Heiligen Licht von Gott. Und sie wegwerfen, als ob sie sie nie waren. Das ist so, dass eure Licht sie sie schützen. Ich weiß, ich weiß, aber... Aber wenn ich nichts mache... Dann werden sie alle in dem Chaos sterben. Immer. Vergessen. Was wird mit dir passieren, nachdem die Zeremonie dich töten? Ich werde wegwerfen. Wie der Rest des Todes. Meine Existenz, weg von aller Erinnerung. Es scheint richtig zu sein. Also das ist es? Als Fang und ich 13 Jahre vorwachen, war es in einem sterben Welt. Seitdem haben wir die Destruction gespürt, den Ende rutschen. Niemand kann mehr zuhören. Also lasst mich zu Ende der Zeremonie. Das ist alles, was ich jetzt tun kann. Ich werde die Zeremonie in diesem Welt, und du helfenst, eine neue Zeremonie zu schaffen. Wow, das ist so schnell. Hast du dich in Satchelon? Ehm... Wenn ihr zappt? Ich habe gehört, was sie sagen. Die Leute sehen mich als eine Art von Curiosität. Sie nennen mich ein Saint. Und sie sagen, dass ich mit Chaos sprechen kann. Naja, offenbar kannst du das ja. Aber ich bin kein Saint. Ich kann nicht mit den Voraussagen sprechen. Nur hör'n. Als ich wuchs, konnte ich sie in dem Chaos fühlen. Die Todes. Und sie hören ihre Schreie von Angst. Naja, das kann trotzdem nicht jeder. Ja. Ja. Ja, die Klavers. Okay. Äh... Ansonsten... Ja. Nichts. Kann ich hier schon mal hinten irgendwie einmaschieren oder so? Äh... Mist. Tja, okay. Wenn die das hier auf gar keinen Fall von dem Seelen Choral abhalten. Wäre ja auch schade. Also es wäre so ziemlich geil, den nächsten Tag einfach anders verbringen, anstatt hierher zu kommen. Das wäre krass. Aber gut. Ist jetzt nichts, was wir irgendwie beeinflussen könnten. Ich würde einfach sagen, ich gehe jetzt nochmal Richtung Bahnhof, lauf nochmal die Runde rum. Ja. Und ansonsten... Naja... Ich lasse den Tag jetzt einfach so auslaufen. Vielleicht hier nochmal Richtung Friedhof, um noch kurz die Quest anzunehmen. Oh, wie hört sich das? Wenn ich atme... Mein Asthma stößt mich bald wieder um. Obwohl ich gerade nicht mehr Heustupfen habe. Es ist unfassbar. Immer schön beim Aufnehmen. Immer triff, immer triff. So. Ab dafür. Es geht noch vier Stunden tot zu schlagen. Was ist denn? Wow. Okay. Nichts. Ein wahnsinniges Nichts. Verstehst du das nur rum? Wow. Okay. Jungt auch gefühlt gar nicht. Hallo? Wie genau habe ich denn da aus das Quest gezogen? Äh, egal. Ich würde schon irgendeinen Grund gehabt haben. Gucken wir dann mal noch ein. Äh. Hallo? Musik? Wer brötet denn hier so? Ich erkenne sie gar nicht mehr. Ich weiß echt mal welcher das war. Oh ja. Ich schreie auch noch mehr rum. Meine Güte. So, hier ist noch einer der potenziell eine Quest hat. Aber... So richtig Quest geben habe ich hier echt gar keine. Das ist problematisch. Habe ich den Ausstatter schon? Ne, warte mal. Ich stehe noch mal ganz kurz um für den Ausstatter hier. Äh, bitte. Todesengel. Äh, gut. So richtig ist immer das, was ich gesucht habe. Es gibt es einfach nicht, weil ich suche. Das eine Auslösungsgegenstück zu den anderen gibt es einfach nicht. Ist nicht. Nein, ich leide gar nichts. Tja... An die Dinger komme ich nicht ran, egal was ich mache. Das ist echt absolut tote Hose. Die müssen einfach erst warten bis am 7. Tag neue Quest spawnen oder so. Anders sehe ich hier keine Lösung. Weil ein Terran ist da jetzt auch nicht so. Unbedingt geil, dass ich das ja immer wieder mache. Ja, wahnsinnig impossible, dass hier ein Kremlin im Chaos steht. Im Pass, Hebe. Keiner. Jetzt habe ich schon 3 EPs. Ich kann auch wieder Kostas machen. So, bist du sehr beruhigt? Naja, zumindest halt weg. So, der Tammer. Aber ansonsten, das war es schon zu dem Thema Serien sahen wieder. Soll ich dich nicht mal direkt verticken? Klar, komm weg damit. So, bitte schön. Du musst es sagen. Und Helmedizin oben drauf bekommen. Das habe ich gut für mich. Ich hatte eine Handvoll. Das ist warum ich... Was macht die Helmedizin? Ist ich so gut? Courage, Ena, wie gelandt hast und ein bisschen Heilung. Ha, ja gut. Und Eta ist auch ganz cool. Oh mein Gott, was. Lol. Das kann ich bestimmt. Jetzt hat man mal gebrauchen, wenn ich dann zum letzten Bosskampf gehe. Da, weil ich einen Eta auf jeden Fall benutzen könnte, denke ich. Aber bis dahin wird es jetzt noch ein bisschen dauern. Tja, ansonsten... Oh, guck mal, jetzt ist wieder der Friedhof. Na komm, Mensch, du geh auf eine andere Seite rein. Ich muss ja zum Telefon. So seid ihr hier irgendwie wichtig? Äh, nicht wirklich. Oh mein Hals. Aua. Holy fuck, was ist denn das? Oh man, ey. Irgendwann ein Schleid beim Displays aufnehmen. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Ich hab so Spaß, wenn ich jetzt schlafen gehen so. Scheiße auf den Tag. Man braucht ihn schon. All my Aids. Okay. Ja komm, ich beiße auch mein Großhaar rein. Dann mag ich den Friedhofs-Quest noch. Ich meine, wir müssen es ja so oder so machen. Da hilft auch rausschieben jetzt nichts. Auch wenn ich den Tag eigentlich benden will. Egal. So, mach was. Wie viele Telefone gibt es in der Stadt? Die Kathedrale. Sie kann die Kathedrale sehen. Sie kann die Kathedrale sehen. Das muss ja so sein. Ja, da hätte ich ja auch gleich im Süden. Ach was soll's. Scheiß drauf kommen. Hätte ich das Dreck gemacht, hätte ich wahrscheinlich schon lange mitnehmen können. Ja, das Mövenpack genau. Ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich gelaufen. Aber ich habe schon glaube ich eine grobe Idee, wo die sein könnte. Ich glaube, wir müssen sowieso mehrere von denen finden. Deswegen. Das wird die richtige Geister-Quest. Aber sehen wir uns erst mal an. Wo könnte das? Okay, na gut. Ein bisschen ist er noch. Eine richtige Idee, wo die ist, habe ich noch nicht. Aber ich schätze mal, es kann ja nicht allzu schwer sein, Geistertuste zu finden. Ist mal im Ernst. So groß ist es wie wirklich, als auch nicht unbedingt. So, ich fange einfach mal hier an, indem ich hier runterlaufe. Nein, keine gute Idee runterlaufen. Sollte ich mir vielleicht sparen. Da komme ich nur da raus, wo ich nicht rauskommen wollte. So, und jetzt ist ich irgendwo im Süßviertel. Naja. Lasse das Suchen beginnen. Hier ist ja schon wieder irgendwo. Wo? Wo? Kommt schon. Da. Erzähl mir was. Ja, hallo. Wo ist es gut? Oh, ich bin froh. Ich hoffe, dass du dich antwortest. Ich bin froh, dass ich nicht erwartet, ohne dich zu warten. Ich bin froh, dass du gut bist. Was ist passiert? Ich bin froh, dass du gut bist. Aber jetzt... Ich glaube, ich bin verloren. Ich bin verloren. Ich bin froh. Du bist nicht verloren, nur verloren. Und sie nicht mehr schützen? Die Leute, die nach dir vorhin? Ja, danke. Ich bin froh. Jetzt bin ich gut. Okay. Ich bin froh, dass du sicher bist. Ähm, ich sehe... Ich sehe ein paar Geschäfte fast. In die Geschäfte. Wie weit von der Südstation? Ich bin froh. Ich glaube. Ich habe nicht wirklich an der Stadt gewandt. WTF? Also wieder irgendwo im Nordviertel, schätze ich. Jetzt kommt der an. Wirklich jetzt? Ja, so wie wir alle. 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 Nur um zu dem Drama. Es gab etwas in ihrer Sprache. Eine echte Desperation. Alles klar, ich werde sie finden. Ja, die ist immer unten im Nordviertel. Sie muss über die alte Stadt sprechen. Ich glaube, das ist unser Bestes. Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war. Aber vielleicht finden wir gleich noch raus. Das ist dann wirklich die letzte Quest für den Tag. Dann reicht es wirklich. Dann habe ich schon wieder so viel gemacht. Also eigentlich nicht, aber trotzdem. Dann habe ich schon wieder so viel Zeit hier abgelaufen. Naja, so ist es. Spiel nochmal. Soll ich hier nochmal ein Krustas reinballern. Viel haben wir von jetzt nicht mehr. Da wird es ja bestimmt noch mal Feierabend sein. Shit. Sprungverkackt. Speedtracks. Verkackt. Naja gut. Jetzt bin ich schon beim Nordbahnhof. Da oben ist noch nie bleibt. Lassen wir jetzt noch nie bleibt sein. Scheiß mal drauf. Alter, das ist das Ziel. Let and Returns for Speed to Run wäre eigentlich auch ganz lustig eigentlich. Mal gucken, was die Zukunft noch bringt. So, was macht dich da? Guck, ob hier oben auch wieder irgendwo ein Telefon läutet. Genau, gehen wir nach Hause, Kollege. So, Telefon. Jetzt. Irgendwo? Kein Telefon? Nur ein weise Katzen. Was? Du musst irgendwo ein Telefon sein, was es gleich läutet. Ich weiß nicht, ob ich es da passt. Oh lol. Ist immer noch. Ja. Oder vielleicht hier. Hier könnte es ja auch theoretisch sein. Obwohl, hier gibt es ja an und für sich gar keine Geschäfte. Ohne Geschäfte. Naja, gut. Ich gehe jetzt wie vorhin einfach nochmal ab. Nur für den Fall. Soll ich doch wirklich alles gesehen haben. Aber es hieß doch gerade eben noch Altstadt. Das machen wir hier stutzig. Ja, komm. Ich gehe nochmal raus. Ich war jetzt natürlich ein bisschen kacke. Aber ich will sicher gehen. Weil es hieß wirklich eben noch Altstadt. Und da komme ich ja jetzt nur mal. Jaja. Vielleicht hier oben oder so. Hier gibt es aber auch keine, die ich ansprechen könnte. Der irgendwie anders aussieht als vorher. Äh. Ja sicher. Hier. Wunderschön. Ja. Hier ist aber auch nichts los. Oder vielleicht. Vielleicht hier vorne oder so. Irgendwie weiter. Fahrender Händler. Hast du was ich möchte? Ja. Das ist geil für mich. Sehr schön. Ist ja guter fahrender Händler. Hey. Das ist ja sinnlos. Hier noch dicke Chaoszone. Die mich echt gerade eher nicht so juckt. Hä. Es hieß gerade auf jeden Fall noch Altstadt. Boah. Heute ist mein Lungenpfeifen. Krank. Ja komm. Ich gehe jetzt nochmal durchs Viertel. Weil ansonsten. Wüsste ich ja auch nicht. Wo ich jetzt nochmal hingehen sollte. Ja komm. Wir ziehen nochmal kurz durchs Viertel. Das wird dann. Der letzte Streich für diesen Tag sein.